hallo leute es ist der 18 oktober und es ist ungefähr 12 uhr 30 und wir sind hier in nürnberg die stadt nürnberg liegt im norden des bundeslandes bayern das stadtbild ist von mittelalterlicher architektur wie den festungsmauern und türmen der altstadt am nordrand der altstadt erhebt sich über den roten ziegeldächern die kaiserburg auf dem hauptmarkt im stadtzentrum befindet sich der teilweise vergoldete mehrstufige schöne brunnen und die gotische frauenkirche aus dem 14 jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde die stadt nürnberg zehnhundertfünfzig und die stadt haben sich in der ersten jahrhundert flach und die stadt im stadt die schienkirche aus dem 19 jahrhundert und die schienkirche aus dem 14 jahrhundert Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ist weg dabei. Die ist weg. Alles gut. Da war ein, ein, ein. Die ist aus. Da war nur eine Stühle. Die ist weg. Okay. Hier sind wir reingesitten. Hier, ne? Hier, hier sind wir noch. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.